Drexler wird bestraft. Nachdem er in einem Video die mit Pyrotechnik hantierenden Kölner Fans als Spacken bezeichnet hatte, muss der FC-Profi Konsequenzen befürchten. Natürlich wird es eine Strafe geben, sagte Kölns Manager Horst Held der Bild. Das werden wir intern regeln. Es wird auch noch einen weiteren Spieler treffen. Wir werden überlegen, ob wir das karitativen Zwecken spenden, vielleicht auch fanbezogen. Dominik Drexler hat sich bereits entschuldigt. Dass meine Aussagen einen großen Teil unserer Fans verletzt haben und sie es als beleidigend empfunden haben, kann ich absolut verstehen. Dafür möchte ich mich bei unseren Fans, insbesondere bei denen, die gestern dabei waren, aufrichtig und von Herzen entschuldigen, wird Drexler in einer Stellungnahme des Vereins zitiert. Das Video hatte für viel Wirbel gesorgt. Selbst Geisburg-Legende Lukas Podolski meldete sich via Twitter. Unfassbar, wer seine eigenen Fans Spacken nennt, der hat dieses Trikot nicht verdient, schrieb Podolski. Gladbach-Fans sauer auf Rose. Der Trainer der Fohlen bekommt nach der Derby-Niederlage gegen den 1. FC Köln aufgrund seiner Personalentscheidungen Gegenwind. Der FPMG Supporters Club, die einzige von Borussia Mönchengladbach anerkannte Dachorganisation für Fans, schrieb in einer Stellungnahme, mit dem Derby spielt man nicht. Wer das Derby als idealen Zeitpunkt für ein Rotationsexperiment ansieht, hat Borussia Mönchengladbach nicht verstanden. Marco Rose sieht die sieben Veränderungen in der Startelf nicht als ausschlaggebenden Punkt für die Niederlage. Wenn man verliert, kommt das Thema natürlich in diese Richtung. Aber ich kenne die Jungs und wir haben Vertrauen. Sie haben im Training einen sehr guten Eindruck gemacht. Ich glaube nicht, dass wir deswegen das Spiel verloren haben, sagte Rose. Nach Sport1-Informationen gibt es beim FC Schalke Kritik an Werner Leuthard, dem Leiter Performance-Lizenzspieler. Einige Profis sollen nach Verletzungen zu früh wieder ins Training eingestiegen sein. Klaas-Jan Hünteler beispielsweise war wohl nicht gerade glücklich über seinen Kurzeinsatz gegen Bremen. Der Niederländer fühlte sich noch nicht fit genug. Möglicherweise hat Athletik- und Fitnesschef Leuthard das Training falsch gesteuert. Ich würde da niemandem einen Vorwurf machen, sagte Cheftrainer Christian Groß. Wir haben versucht, Hünteler so schnell wie möglich fit zu bekommen. Das haben wir nicht geschafft. Der FC Schalke leidet momentan unter massiven Verletzungsproblemen. Bundesligapartie abgesagt. Das Sonntagsspiel zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen ist im Tief Tristan zum Opfer gefallen. Heftige Schneefälle und Bodenfrost in Ostwestfalen führten am Sonntagmittag zu der Entscheidung, der Platzkommission die für 18 Uhr angesetzte Begegnung in der Schüko-Arena abzusetzen. Nach einer internen Platzbegehung morgens um 9 Uhr war in Absprache mit der DFL entschieden worden, dass die Arminien ihr Möglichstes tun, um das Spiel am Abend stattfinden zu lassen. Die Platzkommission kam letztlich aber zum Schluss, dass eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet sei. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.